Musik Bis jetzt hat mich heute noch keiner veräppelt, auch wenn es der 1. April ist. Und auch wir von der Bergzeit haben versprochen, keinen bösen Scherz untergejubelt, wenn auch manches fast unglaublich ist. Das geht gleich los mit... Der Winter ist zurück. Minusgrade und dicke Schneedecke erwartet. Die Künstler sind los. Exponat präsentieren sich in Traummanufaktur. Und der März ist vorbei. Ein Rückblick auf erzgebirgische Ukraine-Themen. Musik Glück auf! Corona wollen wir auch nicht vergessen. Denn gestern haben nun insgesamt fünf staatliche Impfstellen hier im Erzgebirgskreis dichtgemacht. Heißt, wer sich jetzt noch den Piks abholen möchte, der muss entweder zum Haus- oder Facharzt gehen oder bei der zentralen Impfstelle in Aue vorbeischauen. Das geht dann auch ohne Termin, es sei denn, es betrifft Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Angeboten werden Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen und auch dem Protein-Impfstoff von Novavax. Begründet wird der Abbau von Impfstellen übrigens mit der stetig sinkenden Nachfrage. Was sonst interessieren könnte, hier ist der Nachrichtenüberblick. Das Tierwohl liegt Lissi Burkhardt am Herzen. Am Anfang waren es Spenden, mit denen sie das Tierheim Neu-Amerika in Annaberg-Buchholz unterstützt hat. Was danach kam, von der Tierpatin bis hin zur Mitgliedschaft im Tierschutzbund und ehrenamtlichen Mitarbeiterin verdankt sie einer zurückhaltenden, weißgefleckten Hundedame namens Alice. Für ihr Engagement wurde Lissi Burkhardt mit dem Ehrenamt des Monats ausgezeichnet. Anfangs war die 31-Jährige aus Kunersdorf Stammspaziergängerin. Mittlerweile gehört sie zum harten Kern. So nennt die Leiterin des Tierheims Peggy Greer liebevoll die Gruppe von insgesamt rund 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie dabei unterstützen, den Betrieb des Tierheims aufrechtzuerhalten. Die Arbeit unserer ehrenamtlich Engagierten ist für uns unverzichtbar und ausgesprochen wertvoll. Lissi bringt sich sehr umfänglich in unsere tägliche Arbeit ein, ist an ihrem freien Tag einmal die Woche im Tierheim, übernimmt fast wöchentlich den Sonntagsdienst zusammen mit anderen und springt darüber hinaus auch bei personellen Engpässen während der Corona-Pandemie ein, lobt Tierheimleiterin Peggy Greer. Zwischen 20 und 30 Stunden kommen so pro Woche zusammen, in denen sie neben ihrer Arbeit als Friseurin vorwiegend Hunde und Katzen die sogenannte notwendige Qualitätszeit gibt und sich mit den Tieren beschäftigt und dafür sorgt, dass die Vierbeiner genügend Bewegung erhalten. Vor allem bei Hunden übernimmt sie wichtige Aufgaben der Grunderziehung und des Vertrauensaufbaus. In der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember des vergangenen Jahres wurden Einsatzkräfte der Polizei mit Flaschen und Eisklumpen beworfen. Sie sollten eine illegale Corona-Party in einem Club in Annerberg-Buchholz auflösen. Die Polizei sprach von einem überfallartigen Angriff von 25 Personen. Dabei wurde ein 60-jähriger Polizist schwer verletzt. Am Donnerstag, dem 31. März, hat nun die Ermittlungsgruppe Linde zusammen mit der Bereitschaftspolizei insgesamt 14 Wohnungen durchsucht. Betroffen waren Beschuldigte aus dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Zwickau. Beschlagnahmt wurden Dutzende Mobiltelefone, Computer, Notebooks und Speichermedien. Daneben seien auch zahlreiche Schlagstöcke, Elektroschocker, Reizstoffe, Pyrotechnik und weitere Beweismittel sichergestellt worden. Die dabei angetroffenen Beschuldigten mussten zudem eine DNA-Probe abgeben. Es könnten, so die Ermittler, weitere Straftaten unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- oder Sprengstoffgesetz vorliegen. Insgesamt waren rund 140 Beamte an der Durchsuchungsaktion beteiligt. Nebel, Schnee, Eis und ein Bögerwind, der für Schneeverwehungen sorgt. So zeigte sich in der Nacht auf Freitag das Wetter rund um den Fichtelberg. Es klingt schon paradox, wenn man bei solchen Aufnahmen von dem sonnenreichsten Monat März seit 70 Jahren spricht. Dennoch ist es nicht weniger wahr. Der Rekord von 1953 mit 195,2 Sonnenstunden wurde übertroffen. Dass es auch im Monat März und April noch Schnee geben kann, wissen Erzgebirger. Im Westen von Deutschland gab es bereits eine satte Packung Neuschnee. Nun sind die Mittelgebirge und am Wochenende auch der Süden Deutschlands dran. Einen ersten Vorgeschmack gab es in der Nacht auf dem Fichtelberg. Hier zeigte der Winter noch einmal seine Zähne. Ohne Winterreifen konnte man den 1215 Meter hohen Berg nicht mehr erreichen. Auch in den kommenden Tagen ist im Erzgebirge mit Schneefällen bis in tiefere Lagen zu rechnen. Mehrere Zentimeter Neuschnee könnten hier bis Samstagnachmittag zusammenkommen. Autofahrer sollten sich daher auf glatte Straßen einrichten. Immer mehr Sachsen sind wegen Corona arbeitsunfähig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Barmer Institutes für Gesundheitssystemforschung. Demnach waren in der Woche vom 13. Februar bis 19. Februar rund 1700 bei der Barmer versicherte Beschäftigte wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig. In der 10. Kalenderwoche vom 6. bis zum 12. März waren es bereits rund 2300. Nur zu den Spitzenzeiten Anfang Dezember 2021 gab es im Freistaat mehr Betroffene. Hier waren es bis zu 2700 Krankengeldanspruchsberechtigte, die einen Krankenschein erhalten haben. Die 10. Kalenderwoche war im gesamten Bundesgebiet der Zeitraum mit den bisher meisten Krankschreibungen aufgrund von Corona. Mehr als 53.400 Beschäftigte waren arbeitsunfähig gemeldet. Die Rate der Krankschreibungen wegen Corona liegt im Freistaat mit 201 je 10.000 arbeitsunfähigen Versicherten deutlich über dem Bundesdurchschnitt mit 142 je 10.000 Krankengeldanspruchsberechtigten. Sehenswert. Ein Wort, eine klare Bedeutung. So heißt die 19. Jahresschau der Künstlergruppe Exponat, die aktuell in der Manufaktur der Träume an der Bergbuchholz zu sehen ist. Sehenswert in diesem Wurzeln sind die ausgestellten Arbeiten auf jeden Fall, mit denen die Künstlergruppe das 20-jährige Bestehen feiert. Die sollte allerdings schon im vergangenen Jahr beginnen. Eigentlich hätte sie schon im Oktober eröffnen sollen. Wir sind aufgrund von Corona eben in Verzögerung mit dem Aufbau im Januar gestartet und ist noch zu sehen bis zum 24. April. Die Ausstellung ist für Exponatkünstler eine Art jährliche Leistungsschau, bei der sie ihre Werke zum einen gegenseitig, zum anderen aber auch der Öffentlichkeit vorstellen. Oft kommen große Überraschungen zutage. Und wir wollen, dass man genau hinsieht, dass man ins Detail sieht, dass man dahinter schaut bei dem, was wir gestalten. Und wir möchten auch gerne, dass man das Wertvolle, den Wert der Handarbeit sieht und natürlich auch den Wert der Gestaltung des Inhaltlichen erkennt und versucht, dahinter zu kommen, was gemeint ist. Wie Friedhelm Schelter das meint, demonstriert eindrücklich der Lösnitzer Holzkünstler Robby Schubert. Also wir leben in sehr spannenden Zeiten und sehr herausfordernden Zeiten. Aber als ich diese Arbeit gemacht habe, habe ich jetzt nicht unbedingt an Corona oder diese Dinge gedacht, die momentan passieren. Der Gedanke dazu, wenn es vor zwei Jahren entstanden ist, ist eigentlich dieses grenzüberschreitende. Dass hier ein Mensch dargestellt ist, der aus seinem alten Leben heraustritt, diese Kluft überwindet und sich entscheidet, vielleicht aus dem Druck oder aus dem, wo er gefangen ist oder wo er weiß, dass er dort nicht mehr so weitergehen kann, eine Entscheidung trifft, in seinem Leben etwas zu verändern und sich entscheidet, vorwärts zu gehen, in eine neue Richtung zu gehen. Und dann für sich festzustellen, dass es so etwas gibt, was ihn hindert, was ihn festhält. Und wenn man hinten rumschaut um die Figur, sieht man diesen alten verrosteten Nörgel, der dieses Gewand festhält. Dieses Gewand, was er in diese Figur übergeht und letzten Endes sein Leben symbolisieren soll, dass er eine Entscheidung treffen muss. Entweder diesen Nörgel rauszuziehen oder dieses Gewand auszuziehen. Wenn er den Nörgel rauszieht, dann heißt das, er geht mit den alten Klamotten in sein neues Leben oder in die neue Zeit hinein und geht so weiter, wie er ist, wie er die ganze Zeit war. Oder er entscheidet sich, und das ist eine krasse Entscheidung für jeden von uns, dieses Gewand auszuziehen. Da sind wir sehr froh, dass das dieses Jahr hier in der Manufaktur der Träume stattfinden darf. Da gab es sonst eben auch, gibt es sonst immer mal einen anderen Ausstellungsort und in die eben hier in der Manufaktur der Träume. Ja, was uns wichtig ist, in dieser besonders spannenden Zeit, ist, dass man auch das Schöne sehen kann. Dass man uns auch freuen kann, an schönen, ästhetisch gestalteten Arbeiten. Und dass wir aber auch angeregt waren zum Nachdenken und zum Gespräch, wo es ja auch in unserer Zeit jetzt manchmal in Hintergrund getreten ist. Und wir wollen auch ganz besonders das Wertvolle miteinander betrachten und sehen, dass es immer wieder auch schöne, ermutigende Dinge gibt. Und dass wir uns nicht nur dem Pessimistischen anschließen müssen, was uns ständig umgibt. Sehenswert, diese Ausstellung. In der Manufaktur der Träume plant man aber schon weiter. So wird hier die begleitende Ausstellung zum Musikfest Erzgebirge zu sehen sein. Und ab Herbst geht es ums Gold, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Geöffnet ist das Museum täglich von 10 bis 16 Uhr. Bis einschließlich 3. April findet am Fichtelberg in Kurort Oberwiesenthal die letzte Veranstaltung der Wintersaison 2021-2022 statt. Die Deutsche Meisterschaft im Skilanglauf hat sich mit 230 Startern in den Altersklassen U16 bis zur Klasse Damen und Herren angemeldet. Dazu kommen noch die Starter der Mastersklasse. Hier sind Sportler von 31 bis 76 Jahren vertreten. Mithilfe vieler fleißiger Hände und dem engagierten Organisationsteam des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. wurde die Sparkassen Ski Arena auf das ereignisreiche Wochenende vorbereitet. Einige Schneebestände mussten auf der Langlaufstrecke verteilt werden, um sie optimal für die Sportler vorzubereiten. Für das Wochenende ist zum Glück noch einmal Schneefall gemeldet. Das Programm kann auf www.wsc-erzgebirge.de abgerufen werden. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstagvormittag wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Fachhochschule Dresden und der großen Kreisstadt Annerberg-Buchholz im Rahmen der Auftaktpressekonferenz unterzeichnet. Durch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule soll die begonnene Entwicklung von Annerberg-Buchholz zum Forschungs- und Hochschulstandort weiter vorangetrieben werden. Ziel sei es, ein wissenschaftliches Lehrangebot für die gesamte Region zu schaffen, um so dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Dem Bedürfnis junger Menschen nach Bildungsmöglichkeiten in der Heimat soll mit adäquaten Angeboten entsprochen werden, um insbesondere die Abwanderung zu stoppen. Gleichzeitig möchte man Fachkräfte für die regionale Wirtschaft in der Region binden, qualifizieren und gewinnen. Durch die angestrebte Vernetzung von Wissenschaft und regionaler Wirtschaft können wertvolle Synergien genutzt werden, deren Effekte sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Region und ihrer Unternehmen auswirken, diese dauerhaft sicherstellen und erhöhen. Mit Start zum Wintersemester 2022-2023 werden zunächst zwei berufsbegleitende Bachelorstudiengänge angeboten, Sozialpädagogik und Management sowie Pflege- und Gesundheitsmanagement. Die Lehrveranstaltungen finden in aller Regel zweimal monatlich an Freitagabenden und Samstagen statt. Das Studium ermöglicht damit eine Qualifizierung neben dem ausgeübten Beruf. Mit der sogenannten Studiengruppe Adam Ries wird damit erstmalig ein Hochschulstudium vor Ort in Arnerberg-Buchholz ermöglicht. Die Räumlichkeiten der FHD befinden sich im beruflichen Schulzentrum auf der Hans-Witten-Straße und sind als hybrider Lehrstandort mit modernster technischer Ausstattung konzipiert. Kinder müssen mit Erwachsenen sehr viel Nachsicht haben. Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, nicht aber deine Gedanken. Sie haben ihre eigenen. Kinder müssen mit Erwachsenen sehr viel Nachsicht haben, hieß es da gerade. Und ja, erklären Sie mal einem Kind, warum es plötzlich aus der Heimat fliehen muss. Warum Raketen durch die Luft fliegen, warum Schüsse zu hören sind und warum ständig die Sirenen heulen. Manche Frage bleibt da sicherlich auch unbeantwortet. Und wir haben hier in der Bergzeit im vergangenen Monat viel dazu berichtet. Vor allem darüber, welche Welle der Hilfsbereitschaft der Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Und ja, wir nennen es Krieg, weil es einer ist. Eine spezielle Militäroperation ist das jedenfalls nicht. Genauso wenig wie alternative Fakten eine Lüge besser machen. An dieser Stelle käme bei uns jedenfalls jetzt der Monatsrückblick auf den vergangenen März. Der kommt auch, aber etwas anders als sonst. In diesem Extra-Rückblick haben wir uns dem Ukraine-Thema aus erzgebirgischer Sicht noch einmal gewidmet. Die Bilder des Monats März sind vor allem geprägt vom Krieg gegen die Ukraine und einer beispiellosen Hilfswelle, die auch im Erzgebirge anrollte. Nicht nur mit Hilfen vor Ort in dem von Russlands Militär überfallenen Land, sondern auch direkt hier im Erzgebirge. Hier noch einmal ein Querschnitt in einem Monatsrückblick extra. Überall im Erzgebirge treffen sich die Menschen in den Kirchen, um für Frieden in Europa zu beten. Es gibt Andachten, Friedenslichter und jede Menge Kerzen, die als Zeichen für den Frieden entzündet werden. In den Schneeberger Bergmannsdom hatte am Mittwochabend Pfarrer Frank Meinel eingeladen. Mit Blick auf Deutschland und das Erzgebirge rief Meinel dazu auf, das wertzuschätzen, was die Menschen hier errungen haben. Vor allem die Demokratie und nicht den Hass und die Hetze, die immer wieder aufkommen. Es gäbe zu wenige Demokraten, meint der Pfarrer, und zu viele Gleichgültige. Vielleicht sei das bereits eine zentrale Lehre daraus. Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine ist in Aue-Bad-Schlema Chefsache. Oberbürgermeister Heinrich Kohl hatte am 8. März die ersten Menschen aus dem Kriegsgebiet in ihren neuen Wohnungen begrüßt und auch gleich selbst überprüft, dass es auch an nichts fehlt. Drei Frauen und zwei Babys sind in dieser Wohnung in der Lindenstraße untergebracht. Und gleich gegenüber sind noch einmal zwei Frauen mit ihren insgesamt vier Kindern in der großen Kreisstadt angekommen. Im Rahmen der Soforthilfe hatte die Stadt zunächst diesen Wohnraum zur Verfügung stellen können. Weiteres sollen folgen, müssen aber noch möbliert werden, so Stadtsprecherin Jana Hecker. Das Lager des Arbeiter-Samariter-Bund im Aue-Schickhaus war voll. Die Hilfsbereitschaft und das Spendenaufkommen enorm. Wir erinnern uns. Aus Ruskova in Rumänien, nur sieben Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, erhielt die Stadt einen Hilferuf. Täglich kommen dort rund 4000 Geflüchtete aus der Ukraine an. Es sei kaum mehr möglich, die vielen Menschen zu versorgen, hieß es. Geflüchtete waren aber auch längst im Erzgebirge angekommen. Weitere werden folgen. Und auch dafür wurde beim ASB gesammelt. Denn die Wohnungen müssen möbliert und eingerichtet werden. Der Schornstein signalisiert, dass es in den nächsten Tagen wieder frisches Backwerk vom Verein Backhaus Schlema e.V. geben wird. Das stiftet Vorfreude nicht nur bei den Einwohnern. Doch die wunderten sich schon ein wenig. Beginnt die Saison doch eigentlich erst zu Ostern. Ja, wir haben uns entschieden, aufgrund der aktuellen Situation ein Sonderspendenbacken auszuführen, durchzuführen und unser Backhaus schon vor Ostern zu eröffnen. Ich muss sagen, die Idee ist im Verein sehr kurzfristig geboren worden. Vorige Woche erst haben wir uns dazu entschieden und haben in den letzten 5-6 Tagen intensiv diesen Backtag vorbereitet. Das Backhaus nach fast einem Dreivierteljahr aus seinem Tiefschlaf erweckt, um heute letztendlich unseren Gästen viele Brote, köstliche Brote, verschiedene Obstkuchen, verschiedene Getränke. Eine selbstgemachte Kartoffelsuppe gehört auch dazu und beispielsweise auch Speckfett beim ASB. Alle Einnahmen aus dem Verkauf werden gespendet. Was reinkam, kommt auch wieder raus. Und zwar an die Vertriebenen aus der Ukraine. Das Geld sollte also hier vor Ort eingesetzt werden, im Landkreis bei den bereits angekommenen Flüchtlingen. Mit einer besonderen Aktion beteiligte sich der Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge. Denn auch bei den Feuerwehrleuten in der Ukraine mangelt es an vielem. Dabei sind sie es, die die Folgen der Zerstörungen zuerst bewältigen sollen und Menschen zu Hilfe eilen. Ihre Technik ist dabei oft auf überaltertem Niveau. Heiko Pietsch, der in der Feuerwehr Buchholz tätig ist, weiß, wo die Not am größten ist. Mich haben die Kameraden in der Ukraine, zu denen wir seit 2015 eine gute Partnerschaft und Freundschaft pflegen, gefragt, Hey Mensch, habt ihr nicht ein Auto für uns? Unsere Technik ist der Einsatzbelastung nicht mehr gewachsen. Könnt ihr was organisieren? Und daraufhin habe ich mich dann an Paul Scharsch mitgewandt. Und so ist es eigentlich dann entstanden über einen Spendenaufruf über den Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge, der dann vom Deutschen Feuerwehrverband noch mit aufgegriffen wurde und wir aus ganz Deutschland Spendenangebote bekommen haben. Dem Spendenaufruf mit dem Kreisfeuerwehrverband sind überwältigend viele Reaktionen gefolgt. Im Kreis und dem Umland wurde gesammelt, von Einsatzkleidung bis zur Technik für Brandbekämpfung und Hilfeleistung. Es meldete sich auch die Stadt Oberasbach bei Nürnberg. Hier standen zwei Einsatzfahrzeuge, die zwar ausgedient hatten, aber gut erhalten und weiterhin einsatzfähig sind. Die beiden Lkw gingen mit frischem TÜV und allen Spenden auf die Reise. Zunächst an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort wurden sie an die Kameraden aus Zolo Tonoscha in der Nähe von Kiew übergeben. Die dringend benötigten Spenden für die Ortschaft Roskova in Rumänien sind nach einer anstrengenden Fahrt gut angekommen. Das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes war am 17. März, einem Donnerstag, losgefahren und in der Samstagnacht mit 15 Personen wieder im Erzgebirge zurück. Trotz kleiner Verzögerung wegen einem Defekt am Auto sind die Sachen gut angekommen und werden nun vor Ort verteilt. Also bei allen, die sich jetzt daran beteiligt haben. Es waren, glaube ich, viele Schulen, Kindergärten, Privatleute, Firmen, die Stadt Aue. Also man kann die gar nicht alle aufzählen. Da möchte ich mich auf jeden Fall für die Spendenbereitschaft ganz, ganz sehr bedanken. Auch die Feuerwehr, die vor drei Jahren nach Roskova gespendet wurde, ist noch im Einsatz. Rhythmische Klänge kamen am 27. März von der Waldbühne in Schwarzenberg. Moni und Claudia hatten hierhin zum Zumba eingeladen. Einerseits, weil Zumba einfach Spaß macht, andererseits aber auch, um Kindern aus der Ukraine zu helfen. Ja, genau, da haben wir auch recherchiert, weil ich für meinen Teil, ich finde, dass das Kinder verdient haben. Die Kinder sind ja ganz schlimm die Leidtragenden in dem Krieg. Und in Waschleide, im Hollandheim, sind Waisenkinder untergebracht. Und die Kinder brauchen noch Sachen, die sie für die Schule benutzen können. Und dafür soll das Geld gedacht sein. Und wir würden auch gerne jeden dann informieren, wie das Geld verwendet wurde. Moni und Claudia haben gehofft, dass ganz viele Interessenten ihrem Aufruf folgen würden und viele Spenden zusammenkommen. Das hat sich erfüllt. Und so haben alle Teilnehmer nicht nur Gutes für andere getan, sondern auch für sich selbst. Denn Zumba ist eine getanzte Fitnessvariante zu lateinamerikanischen Rhythmen, die allen von jung bis alt gut tut. In den Räumen der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Aue haben sich am 29. März Geflüchtete aus der Ukraine und Netzwerkpartner aus der Stadt getroffen. Der Informationsbedarf sei groß, hieß es zum Treffen. Die Geflüchteten haben verständlicherweise viele Fragen, wie es weitergehen kann. Zudem soll die Vernetzung der Flüchtlingsfamilien gefördert werden. Oberbürgermeister Heinrich Kohl hofft und wünschte sich, dass Freizeit, Integration, Sport und Kultur für die Geflüchteten von hilfsbereiten Erzgebirgern abgedeckt werden können. Dazu hätten sich bereits viele Initiativen gegründet, sagte Jana Kaube vom Bürgerhaus in Aue. Im sogenannten Hollandheim Waschleite hat die Stadt Grünhain-Bayerfeld insgesamt 27 Waisenkinder aus der Ukraine unterbringen können. Sie alle sind im Alter zwischen 4 und 17 Jahren und wohnten noch bis vor kurzem in einem Kinderheim bei Dnepro, der viertgrößten Stadt der Ukraine. Wie lange sie hier bleiben, ist ungewiss. Eine Welle der Hilfsbereitschaft wurde auch für sie losgetreten. Einer von denen, der den Kindern Gutes tun will, ist Manfred Becker aus Bayerfeld. Und ich habe mich bemüht, für unsere Gäste, unsere Gastkinder hier ein paar Fahrräder zu beschaffen. Und ich war angenehm überrascht, welche Resonanz das gehabt hat, wie viele da auf diesen Aufruf, auf meinen Aufruf reagiert haben. Und wer noch Fahrräder oder Fahrradhelme hat, die nicht mehr gebraucht werden, kann sich gern mit Manfred Becker telefonisch in Verbindung setzen. Unter 0172 99 22 553 kann man alles besprechen. Der Bayerfelder guckt sich die Fahrräder an und manche hat er auch noch etwas aufgearbeitet. An alle hier genannten und nicht genannten Helfer, Unterstützer und Sponsoren schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Auch euch war dieser extra Monatsrückblick März 2022 gewidmet. Einen Rückblick mit allen anderen Themen können Sie dann am Montag in der Bergzeit sehen. Und das war es von uns in dieser Woche im RZTV Extra zu jeder vollen Ungeraten Stunde. Und Samstag und Sonntag um 17.30 Uhr bei Sachsen 1 über Satellit wird wieder gekocht. Zu Gast sind Zumba-Trainerinnen Ramona Riedel und Claudia Stettinius. Diesmal gibt es vegetarische Kost bei Treffpunkt Kulinarisch. Ja und wenn Sie die aktuellen Straßensperrungen heute vermisst haben, dann schauen Sie bitte auf rztv.de im Internet vorbei. Dort haben wir es zusammengetragen. Hier in der Sendung war diesmal einfach zu wenig Platz. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bleiben Sie warm eingepackt. Bleiben Sie gesund. Glück auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. 6 10 11 11 15 11 Untertitelung des ZDF, 2020